Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich Willkommen. Lange hat es im Bayerischen Jagdverband gebrodelt, doch jetzt wurde der Druck doch zu groß. Im Verlauf der Präsidiumssitzung am vergangenen Montag gab Präsident Prof. Jürgen Focke nun bekannt, dass er ab dem 15. Oktober sein Amt als Präsident im BJV bis auf Weiteres ruhen lässt. Einen ausführlichen Bericht zum Rückzug des Präsidenten gibt es in der November DOZ. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem kürzlich veröffentlichten Urteil zur Wolfsjagd in Finnland klargestellt, dass eine Entnahme von streng geschützten Wölfen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen stattfinden darf. Im Hinblick auf mögliche Problemwölfe in Deutschland gibt es damit nun auch ein striktes Regelwerk bezüglich einer möglichen Entnahme. Und wir bleiben beim Thema Wolf. Am 4. Oktober genehmigte der Schweizer Kanton Graubünden die Entnahme von vier Jungwölfen. Schon kurze Zeit später wurden die ersten beiden Jungtiere von der Wildhut erlegt. Die Kadaver werden nun im Tierspital der Universität Bern untersucht und an der Universität Lusanne genetisch identifiziert. Diese Erlegerbilder hätte ein 40-Jähriger besser nicht verschickt. Ein Mann aus Schenefeld in Schleswig-Holstein hat vor kurzem in einem Regenrückhaltebecken eine Wildente geschossen, um sie zu verspeisen. Doch vor dem Verzehr schickte er Fotos seiner Beute an seine Betreuerin. Dieser honorierte die Bilder mit einem Anruf bei der Polizei. Im Ergebnis muss der Mann nun wegen Wilderei und Führung einer Schusswaffe verantworten. Unfälle mit Wildtieren sind im Straßenverkehr keine Seltenheit. Doch der vermeintliche Wildunfall, welcher kürzlich auf Sardinien geschah, ist schon etwas ganz Besonderes. Wie Südtirolnews.it berichtet, alarmierten zwei Saarden die Forstpolizei und meldeten, dass ein Wildschwein vor ihr Auto gelaufen sei. Die Beamten rücken daraufhin aus zur Unfallstelle. Dort angekommen dann die Überraschung. Der vermeintliche Unfallgegner, die Sau, war nicht nur schon lange Zeit verendet, das Stück war obendrein noch tiefgefroren. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Waldmannsheil.